Und ihr habt jetzt dieses Ramazan? Ramazan, genau, genau. Ich weiß, die Frage ist jetzt überflüssig. Kannst du fragen Markus, kein Problem. Apropos flüssig, dürft ihr gar nichts trinken? Nichts? Nichts trinken, nichts essen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Morgen, Frühstück. Nicht mal ein Schlückchen? Nein, gar nichts, gar nichts. Und wie sieht es dann aus mit so ein bisschen Schokoladetötchen? Auch nichts essen, nichts trinken. Gar nichts? Wirklich gar nichts? Mmh, lecker. Lecker, lecker. Und wie läuft es so bei diesem schönen Wetter, wo es so heiß ist? Auch kein Problem, auch wenn es warm ist. Wir müssen durchhalten. Erfrischen wir bei diesem Wetter. Willst du mal da? Daniel Alves. Ja, ich bin beim Ciri. Jawohl, Elfmeter! 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 Ja, was macht ihr denn? 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 Jetzt wird's knackig-sackig, johle. Geil. Und jetzt gucken wir auf Roger Martiii! Du Bühler-Fixer! Mach ihn doch rein! Ups, jetzt hab ich beleidigt, ne? Das heißt, es bringt gar nichts mehr zu fasten, ne? Kann ich auch mein Fasten gleich brechen. Hm? Kommst du denn her? So fast auf? Hm. Was guckst du denn so? Du brauchst nicht so zu gucken. Ich wusste ja nicht, dass er den Heavy-Maker verschießt. Ähm, kannst du mir ein Bürstchen draufbacken? Reicht die eins? Oder vielleicht zwei? Noch eins? Pack mal alle drauf. Alle? Bist du dir sicher? Und pack mal das ganze Fleisch auf. Ich ess sowieso, alles fehlt dort. Ich ess alles auf. Bismillah. So, der Recher, ich kann nicht mehr. Ach, eine Stunde hab ich noch Zeit, um zu essen. Ach, zehn Minuten hab ich noch Zeit, um zu essen. Ach, 60 Sekunden, egal, das schaff ich. Ich hab einen Kaffanen. Ich hab ein wenig Zeit, um zu essen. Ich hab ein wenig Zeit, um zu essen. So, es wird schon alles fertig. Unbevon Postern. So, es wird früher also los. So, was die 기대, die Benugin-Wer pathogen ist. So, jetzt ist es, dass ich die das ganze Zeit nicht vresmen. So, es wird alles fertig. Untertitelung des ZDF, 2020